Leute, Leute. Okay, wir haben uns entschieden. Wir haben dem Game Master jetzt einen Haken geschrieben. Ja, Mann. Wir haben ihm einen Haken geschrieben. Und ihr würdet jetzt denken, dass ich alleine auftauche. Leute, danke für eure Kommentare. Ihr habt uns sehr gut geholfen. Und zwar habt ihr geschrieben, ich soll mich einfach im Auto verstecken. Genau, so bin ich nicht ganz alleine. Ich habe Sicherheit. Marvin ist da. Wenn was ist, ich kann schnell irgendwie... Ich gehe einfach nach hinten. Genau. Und weil der Game Master auch das Auto stalkt, während ich an den Standort gehe, sieht er keinen. Genau. Weil hinten die Scheiben sind auch getönt. Genau, das ist unsere Chance. Genau. Ich duck mich hinten im Auto. Du parkst eh dein Auto, gehst alleine hin. Genau. Da gehe ich natürlich nicht mit. Aber ich warte im Auto. Also ich will jetzt nicht zu Hause warten. Nee, weil... Da bist du nicht weg. Da bist du viel zu weit weg. Und wenn was passiert, dann ist es vorbei. Wenn was passiert, dann kann ich dazukommen, weißt du? Genau, genau. Und ja, Mann. Ich hoffe, der hat jetzt nicht fiese Tricks oder so am Start. Ja, wir werden... Ich lege auch noch eine Tasche auf dich drauf, die auf dem Rücksitz ist. Damit man echt nichts sieht, wenn Marvin komplett verdeckt ist. Genau. Vielleicht eine Decke oder im Kofferraum ein Handtuch oder so. Ja, und Einkaufstüten kannst du über dich legen. Irgendwie sowas, Leute. Und ein schmuddeliges Handtuch vom Fitness. Kriegen wir schon. Danke dafür. Spaß. Ja, und dann müsste das eigentlich klappen, dass ich wenigstens gewissen habe. Mal abends in der Nähe. Oh, während ich da... Geschrieben. Was hast du geschrieben? Ich erwarte dich, Calvin. Und zwar alleine. Yo. Okay, okay. Kein Spaß. Wir müssen dich richtig gut verstecken. Wir müssen dich richtig gut verstecken. Wir fahren jetzt los. An Standort, Leute. Ja, man. Wir haben die eingegeben. Es ist nicht so weit weg. Nicht so weit weg. Aber ich kann nicht einschätzen, ob es jetzt ein Wald ist oder irgendwie... Keine Ahnung. Genau. Das ist halt schwer einzuschätzen. Ja, man. Also wo das ist, aber da sehen wir gleich Näheres. Auf jeden Fall, Leute. Daumen hoch, dass Calvin das überhaupt macht, Leute. Ja, man. Fetten Daumen hoch. Wünscht Calvin Glück mit einem Daumen. Ja, man. Wir sind auf dem Weg auf jeden Fall. Und ja, man. Ich will das Calvin nicht alleine. Ja. Meinst du, oh, warte, warte. Soll ich schon mal nach hinten gehen? Ach so. Könnten wir eigentlich schon machen, ne? Ja, Mann. Wobei... Ja doch, komm. Ich will schon mal nach hinten. Okay, okay, okay. Und noch schöne Grüße an Saikiri. Du hast locker hier. Danke dafür. Wenn ihr auf uns gegrüßt werden wollt, gebt dem Video einen Daumen hoch. Kanal abonnieren. Glocke aktivieren. Und schreibt einen Kommentar mit Hashtag Glockeaktiv. Und ihr habt die Chance, hier im Video von uns gegrüßt zu werden und natürlich eingeblendet zu werden. Vielen Glück. Okay, ihr habt mal hinten mit dir. Okay, ich muss den Sitz hier nach vorne machen. Ich mach den ganz nach vorne. Mach den nach vorne, so gut es geht. Damit ich ein bisschen Platz hab, ne? Damit ich nicht ganz hier verkrampfe dann. Ja, Mann. Einmal hab ich Bandscheiben vor voll. Ja, Mann. Kannst du dir auf jeden Fall ordentlich gemütlich machen, so gut es geht. Okay. Okay, ab mit dir. Okay, ich muss mir sagen, wie das aussieht. Ja, Mann. Also, ich könnte jetzt einfach hier chillen, aber ich glaub, das ist zu auffällig. Genau. Einfach zu. Dass ich irgendwie... So? Kann ich den Mantel auch über mich machen? Ja, Mann. Mach den Mantel über dich. So sieht man mich eigentlich gar nicht. Perfekt, perfekt. Du brauchst dich gar nicht längs legen, genau. Oh, so? So? Genau. Jetzt werden wir drücken. Mach den Druck zu. Ich mach noch ein Handtuch über deine Beine. Hast du schon so. Zack. Ein bisschen den Schenkel verdeckt. Und drittes. So, ja, Mann. Guck dich das an. Ja, Mann. Easy. Kann ich raus gucken, ob was ist. Kann ich beobachten. Die Scheibe ist auch noch getötet, Leute. Genau. Kann ich so beobachten. Ja, Mann. So ist perfekt. Alles safe. Sehr gut, Mann. Leute, ich fahr los. Fahr. Fahr vorsichtig. Danke, Mann. Let's go. Let's go. Let's go. Leute, wie sieht das hier aus? Oh, mein Gott. Wie abgelegen ist das hier? Wir haben noch nie so ein abgelegen im Parkhaus. Alter. Oh, mein Gott. Die Koordinaten habe ich hingeführt. Ey, ich dachte, jetzt kommt ein Wald. Es ist hier einfach ein abgelegener Kerker. Wie Kerker sieht das hier aus? Kannst ja keiner erzählen, ne? Okay, der Game hat sich das geschrieben. Park bei U111 und warte auf weitere Anweisungen. Okay, hier ist jetzt U15. U115. Also da in der Mitte muss ich parken. Okay, Mann. Puh, Leute. Kommt mir so komisch vor, ne? Versuche ich mal jetzt hier zu parken. Hier. U111. Was will der, Mann? Ich glaube, da komme ich zuerst der Tür direkt. Oh, shit. Das ist creepy, ne? Bro, pass auf. Meinst du, der hat mich gesehen oder so? Nein, nein. Nein, nein. Ich tue gleich nochmal deinen Handtuch besser verrücken. Du bist so gut verdeckt, ne? Jetzt der hat mich gesehen, Alter. Nein, nein, nein. Ich sage dir, falls der kommen würde. Okay, siehst du irgendwas? Also hier ist noch eine Tür, die voll creepy ist. Okay. Ansonsten sieht hier alles komplett leer aus. Also der hat sich hier voll die leere Location ausgesucht. Okay. Hier ist niemand, ey. Ich habe voll Angst, dass er jetzt einfach von da kommt, so random. Aber ich würde direkt verriegeln. Ja, Mann. Und hier hinten sieht man nichts. Wie gesagt, Scheiben sind getönt. Okay. Was soll's machen? Äh. Hat er ausgesucht? Ne. Also der hat nur gesagt, hier parken. Und dann auf weitere Anweisungen warten. Deswegen, ich gucke mich die ganze Zeit hier oben, Leute. Also, wollt ihr schreiben oder? Ja. Ich warte ab und gucke die ganze Zeit auf den Chat. Okay. Halt die Ohren, Chef. Wenn du was siehst, sag Bescheid, ne? Ja. Aber ich versuche nicht zu weit rauszugucken. Nicht, dass er mich noch sieht. Ja. Vier Augen sehen mehr. Ganz wichtig. Ich fühl mich nicht mehr ab. Ja, ich fühl mich nicht mehr zu dir. Ich fühl mich nicht mehr zu dir. Ich fühl mich nicht mehr zu dir. Leute, ich warte jetzt nur noch, bis er schreibt und... Oh mein Gott, ey. Echt creepy. Ja, Mann. Ich mach die Kamera wieder an, wenn es was Neues gibt. Bis gleich. Okay, Leute, ich warte jetzt auf ein Zeichen vom Game Master. Es ist jetzt schon fünf Minuten um. Ich muss mal wieder die Kamera angemacht, weil ich habe eben was gehört. Aber vielleicht war das noch ein anderes Auto. Oh Mann, ey. Wann kommt die Anweisung? Oh mein Gott. Jo, was siehst du? Oh mein Gott. Der Game Master. Alter. Ist das... Ist das der Game Master? Oh mein Gott. Kevin. Ist das der Game... Oh jo. Alter. Ich druck mich, ich druck mich. Psch, psch, psch. Das hatte ich jetzt niemals... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was macht er denn? Was willst du? Du Psycho. Hä? Der winkt mich zu sich. Der winkt. Okay, aber mach keine Spielchen, ja? Okay, Leute. Ganz vorsichtig. Was willst du? Was hast du denn in der Hand? Ist das meine Belohnung oder was? Ganz ruhig, ja? Was ist das? Okay. Warte. Ich hab einen Umschlag. Was? Ich hab einen Umschlag bekommen. Oh, was steht denn hier? Da steht aber... Zuhause öffnen. Zuhause öffnen. Alter, ich bin so neugierig grad, ne? Boah Leute. Kannst du aufmachen? Ja, ich bin grad neugierig, dass ich aufmachen. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich. Ich will das jetzt wissen, nicht dass... Hey, ganz ehrlich, Stefan, wir schaffen das nicht nach Hause. Mach auf, Mann. Okay, komm, 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 komm. Komm schon, komm schon. Warte, ich muss jetzt nach hinten machen. Oh ja, warte. Alles ruhig. Alles ruhig. Alles ruhig. Warte, das Licht ist grad so stark. Der hat uns nicht gemerkt. Das Licht ist so stark. Okay. Leute, ich will jetzt zwar zuhause öffnen, aber ist mir jetzt egal. Soll ich gleich machen? Mach mal, mach mal. Das ist jetzt meine Belohnung. Ich bin gespannt, ne? Ja, Mann. Wow. Was ist das? Wow. Ganz viele Fuffis. Halt. Okay. Wie viel ist das? Warte. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 50 Euro. 1050 Euro? Voll die Random-Zelle, aber einfach über 1000 Euro in ein Bar. Krass. Aber warum soll ich jetzt zuhause öffnen? Ey, denkst du, es gibt Konsequenzen? Hast du das gesehen? Ich packe schnell wieder einen. Ja. So. Ja. Was denn? Der steht da hinten noch. Willst du mich fallen? Hä? So, willst du ihn packen? Willst du ihn packen? Komm. Komm. Komm her. Komm her. Jetzt kriegen wir dich. Komm her. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib endlich stehen. Komm. Wo ist der? Hey. Der ist weg. Hey. Ist der da in der Ecke oder was? Hey. Der ist doch da in der Ecke, oder? Hey. 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 Du bist kleiner. Du bist kleiner. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der ist so gruselig, Mann. Geil. Du hast die Belohnung bekommen. Ja, Mann. Ein dicke Batzen. Über 1.000 Euro. 1.000 Euro, Leute. 1.000 Euro. Seht ab. Ich hab das Gefühl. Was denn? Ich hab immer das Gefühl, wir müssen das für irgendwas benutzen. Ob es das einfach so gibt? Ich glaub auch. Also lieber nicht ausgeben. Ja, Mann. Wir behalten das, Mann. Das Problem ist, das stand einfach, öffne das erst zu Hause. Ja. Ach so. Oh. Steff hat das mitbekommen. Das haben wir nicht beachtet. Ich war voll gierig, Mann. Wir haben hier fast gepackt, Leute. Mann, ey. Wir wollten uns halt auf den drauf gehen. Ja, Mann. Wir haben uns selber abgesprochen jetzt, damit der kein Verdacht schimmert. Und wir haben es fast geschafft, ne? Leute, denkt ihr, wir kriegen Konsequenzen? Ob der das mitbekommen hat? Plus, wir würden es aber eh nicht ausgeben, weil wir uns so denken, okay, was wollen wir damit machen? Wir haben die Belohnung. Wir haben die Belohnung. Was meint ihr? War das ein Fehler, dass wir jetzt das geöffnet haben? Ja, Mann. Und dass wir den die Maske annehmen wollen? Ich schreib's mal in die Kommis. Gebt einen fetten Daumen hoch, wenn man weiter dokumentieren soll, was es mit einem Game Master auf sich hat. Und wir versuchen dran zu bleiben. Schade. Wir wollten beide auf den drauf. Allein haben sich nicht getraut. Wir waren zu zweit. Wollten wir halt auf safe gehen, wisst ihr? Weil wenn wir auf den drauf gehen, dann richtig. Das war schon ein guter Plan von uns. Ja. Der hatte nicht damit gerechnet, dass er dachte, du bist alleine. Ja, Mann. Genau. Der kam auch sehr überraschend rüber. Ja, dafür gibt's auch Konsequenzen. Der hat jetzt mitbekommen, dass wir beide... Oh, mein. Leute, wir haben alles falsch gemacht. Wir hauen ab nach Hause ganz schnell. Komplett. Wir verbarrikadieren uns, Leute. Wir sind raus. Wir haben uns in Probleme geritten. Abonniert den Kanal, aktiviert den Glauben. Kommt keiner mehr zu aufpassen. Bis zum nächsten Mal. Peace.